Hahahaha Was ist denn jetzt? Fällt mir auch nicht, dass du hier bist, geh doch mal weg rein Ja dann geh doch einfach Nee, Peter und ich haben das jetzt hier beschlagen ALTER, was war das? PIN Lass das Christian bitte Das shit Hahahaha Weiß ich auch nicht Wo war das denn? Hahahaha Ich glaub das war Sepp, oder? Hahahaha Glaub ich auch, nehm der andere oder Dalu Dalu wär jetzt schlecht, weil der hüpft hier schon wieder durch die Gegend Ja, aber ich kann dich nicht töten So, mach dich bereit Oh, das bist du ALTER Der ist hier unten drin Ja Der hat mir direkt gedrückt, ey, legt mir am Arsch Jeder lebt wieder Komm da raus und helf ich dir Kann nicht sein Das ist unglaublich wie der Das ist unglaublich wie der Das ist unglaublich wie der Dodge König Das gibt's doch nicht! Jumt doch, Peter! Das gibt's doch nicht! AAAAAA Der kommt Hahahaha Hahahaha Oh Peter! Hahahaha Da kann man aufrollen, ey Da kann man aufrollen, ey Da kann man aufrollen, ey Defi Meister J Wieso ist es eigentlich im Haus so eskaliert auf einmal? Das hab ich nicht verstanden Du, ich wollte dich kurz testweise anschießen Und dann ballerst du mich einfach ab Währenddessen brüllt Jay die ganze Zeit Habt ihr gehört, dass Bram Traitor ist? Hahahaha Da steigt halt der Adrenalinspiegel ein bisschen Ja, Peter, du hast halt die ganze Zeit irgendwie was zweites gemacht Da bin ich mir nicht sicher, ob du das nicht versuchst zu vertuschen, dass ich Bram gekauft hab Ich hab nicht versucht, das zu vertuschen, ich hab versucht den anderen scheiß Traitor zu finden, was ich auch gefunden hab Aber das Gute war, dass du gesagt hast, das ist jetzt ein kleiner Test und er holt die Pistole raus Ne, alles klar Was ich nicht mit mir mach Hahahaha Okay NEIN! 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 MAMA! 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 Was? Du hast es nicht getroffen worden, ach warum? Ja, das ist ja kein One Kill Aber es ist ne Decke Ja, ich weiß, aber ich dachte, das macht halt auch Schaden Er hat es ja ein bisschen Panik over Nice House Bisschen mehr als nur das Das haben alle gemacht für das Ich kann durch den scheiß Geist nicht durchschießen Da vorne sind sie! Bram! Was geht ab? Nein, nein Das ist Fake! 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 Wieso hast du nix besser angekriegt? Das war äh Christian hat gesagt, er will neue Items austesten Habe ich jetzt auch mal wieder ein paar andere genommen Das ist der Little Helper Der macht dich für fünf Sekunden unverwundbar Aber du kannst auch nicht schießen Ich konnte nur auf euch zurennen und hab nichts gemacht Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre Fake! Ich dachte auch, das wäre Fake! Deswegen hab ich mich dann weggedreht Nach fünf Sekunden schießt er mich in ab, ey Aber das wäre ein geiles Item, was so ein Holo losschickt Und es einfach geradeaus rennt Ja das gibts ja bei, keine Ahnung, woanders Das gibt's irgendwo Bram, wir sind gerade an einem vorbei gelaufen Der hat sich ja bei dem Teleport platiert Ich renne im Kreis Bram, du wartest doch nur da drauf Da du mich vorne hinweg machen kannst Nein, ich bin innocent Wieso?! Nein, ich dritte, nein, nein Da, eine dritte, nein Zip, Kauft Ich kam Wieso grade denn? Ich kann nicht nach hinten und pin da folgen Warum schüssel hier? Einer ist tot What the shit? Das ist bestimmt ein böser Bube. Ich bin eh nur rein. Oh, das geht nicht. Oh, das geht wohl? Lauf weiter, Peter. Oh Gott. Kann nicht mehr sein, da liegen zwei Tote. Warte, wie? Das passt nicht mehr. Ah, da geht er los. Peter muss sein. Peter ist es. Was ist denn jetzt los hier? Ja, du... Was? Geht? Ja, er... Hey, man musste hier auf Nummer sicher gehen. Das war ein kriminelles Manöver. Da war alles möglich, ja? Oh, hallo. Hä? Da war ich wieder. Hä? Hä? Nein, tschau. Morgst du auch schon den Man-Hacks? Alter, Alter! 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 Was ist denn da? Holy shit! Da kommt ne Leiche runter. Flipp! Alter! Was ist da denn passiert? Wie geil das aussah! Oh, das ist bei mir. Sepp, nimm mal das hier. Oh! Oh! Das ist ja... Ich muss erst mal überleben. Hast du's aufheben können? Äh... Der hat ne Disco geworfen. Oh! Ist einer von dir gestorben, oder nicht? Nicht mit mir. Scheiße! Warte mal ganz kurz! Scheiße! Oh, Bram! Oh nein, und der hat die schon... Ich dachte, der hat noch ne Pistole. Nein, die ist leer! Nein, die ist leer! Die Waffe ist leer! Eine 18 Punkte für Dalu. Die Waffe ist leer! Ich hab mich schon so gefreut. So geil, Dalu steht vor mir. Ich hab ne Waffe erst mit rücken schießen. Und Schluss mit. Klick, klick, klick. Scheiße. Jetzt bin ich hier inter-portet worden. Ja, Bram. Nice, Bram. Da unten ist Peter, Peter is it done. Peter is it done. Na aber nicht! Ja. Doch, musstu. Moment! Der ist aber direkt weg geströdet worden! Ich glaube, Dalu ist der Andere, wenn der nur lebt. Bram, hastu den getötet oder ich? Gerade einer. Ich werde zu den. Er drögert in die Panorama! Wohin wurde der gepoddet? Aber der andere muss doch dann hier irgendwo offen sein Jay könnte auch der andere sein Der hat Peter geprovetiert Der wurde wegteleportiert gerade Ja, aber wieso ist der denn da oben gelandet? Und sonst hier keiner hier unten? Wie geht das denn? Das schnall ich heute auch noch nicht Das war super witzig Wieso ist denn keiner hier gelandet dann? Der ist doch hier rumgelaufen Ich hab keine Ahnung Guck mal hier, ist der mal tot? Mach ich dich jetzt leider Nein, Alter Oh, schöner Alter Sehr geil Wer ist eigentlich so geil geflogen? War Bram Bram, ja Alter Ich find das halt so krass, dass Christian Jay nicht gesehen hat Ich hab ihn aber auch nicht gesehen Ich hab da in dem Moment wo mich drauf geachtet Weil Jay, sie haben mit mir den Platz getauscht und läuft in deinem Sichtfeld hinter die Mauer Nee, da hab ich oben auf Zack geguckt Das war einfach nur priceless Also nicht mit der Mausten Genau auf die Planke gucken konnte wie Bram einfach runtergelaufen ist Ich hab genau die gleiche Planke kurz davor benutzt um Bram zu killen Bei mir hat das nicht geklappt Ich glaub da ist er rückwärts gelaufen Oder sowas Ja, aber hä, wer ist das denn da? Das muss ja Sepp oder Bram sein Oder Christian Christian ist noch nicht bestätigt, ne? Puh Jetzt sind wir zu dritt in dem Leuchtturm Ich will auch da hoch Ich wurde teleportiert nach unten Dich lasieren Der hat sich nach oben zu euch teleportiert Dalu ist oben Dalu ist oben Nee, warte Wieso bist du auch weggerannt? Ich bin nicht weggerannt Da kommt noch einer Dalu Dalu Es wird wieder Dalu ist es Nein, es ist wirklich Dalu Sagt doch was Das wird helfen Dalu sagt du wenigst wo du bist Ich muss erst kurz Bram wiederbeleben Dann könnte ich weiter reden Oh shit, wo hat Peter den Bram gekillt Ups Was ist denn da eigentlich passiert? Wie du das prediktet hast Junge Richtig nice Sepp ist in der Gegend Factory Alter Hilf mir Er hat mich gleich Ähm Moment Ich hab ein Problem Ich hab keine Mutti Oh Dalu wurde wiederbelebt Shit Du bist doch gerade gestorben Da unten ist einer Unten am Gelben Unten am Gelben war einer Was das war bei G&G&J? Der ist tot Peter hat J Nice Ok Bram ist tot What the fuck Was geht mit dem Spiel hier gerade ab ey Christian ist der andere Der labert schon wieder so als wäre er Traitor Ja 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 verfolgt mich auch Macht mich jetzt Ja Bin ich aber nicht erwischt Oh sehr gut du belebst noch Ja ich bin weggekommen Ich dachte Das war es aber für dich Peter 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 ist gerade Irgendwie Oh Da hab ich so nur fliegen sehen Weißt du wo der ist? Ja ganz unten Ahhhh 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 Scheiße Panik Der männliche Schrei einfach Leiternsohn Jay Das ist dein Tod Jawoll Ich spiel die Kasse Leiter wie die Peste in dem Game ey Geil Leichel entsorgen Ja Das war so Gezellert Ja Ich bin glückig Was bist du? Glücklich Gleich tot Achso Gleich tot Dalu ist es Dalu Dalu verpiss dich Dalu 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 hat gerade gelacht Dalu 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 hat gerade gelacht Dau 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 Du kannst Dau Bei euch Dau Dau hast du aus dem haus gesprungen weil es so nett war Dallus Trader ist fast gestorben Will hier weg Sam Ich hab nix gemacht Ich hab nix gemacht Peda ist oben am Dach wieder Dallu und Dings müssen es sein Was ist denn jetzt? Warum ihr habt? Bram was Wieso hat Bram weiter geschossen? Wieso hat Bram einfach auf alle geschossen? Sepp oder Jay Was ist denn jetzt passiert? Sepp oder Jay? Sepp oder Jay? Nein die tötet nach oben? Ach komm schon Tut mir leid ja aber ich guck kurz ins Treppenhaus rein Du stehst neben Dallu und Sepp schreit Jay Und dann dachte ich mir so okay dann müssen es Dallu und Sepp sein Ich war nix Ich war oben ganz zu Wir waren es auch nicht Ich war so schön Das war einfach witzig Wer war der andere? Ach Jay Jay war der andere Doch Nein alter Ich hab doch gesagt Ach Jay Ja aber kaputt Weißt du Ich guck da einen rein und seh den nicht Und seh nur Dallu Du schreist Jay Und dann dachte ich so alles klar ne Sepp In wievielten Stock wohnst du eigentlich? Musste ich den zweimal umbringen Der vierten Stock Ich wohnt Oh danke dass du mich zur Leiche gebracht hast Oh mein Gott Das war sehr nett von dir Ich wollte gerade die kleines Leiche weg tun Leichen und Sachen ist immer wichtig Ich hab mir mal ne bessere Waffe genommen Okay Christian dann müssten wir beide ja safe sein oder? Dann müsste das Peter Keine Ahnung Okay ich glaub Peter ist der andere Ich glaub Peter ist der andere Ich glaub nicht Christian wo bist du denn? Fragen wir mal Jay Peter Was sagt denn der dazu? Jay Hä wieso redet der denn nicht mehr? Ja weiß ich auch nicht Nimm einen guten Zug Peter Ja aber ich will nicht nach der Hunde sehen Gute Stuff mitgebracht Wer sich über die Wellen platziert ist Ich hab mich schon so oft an der Mellen gestorben Ach Peter Alter Das ist mein Kill Das gibt's doch noch nicht Atalu Ist das noch aktiv unten? Ne ist nicht mehr aktiv Kacke Wo sind die Jalu wird in den Ich glaub Peter ist es Samstagmorgen ist der Stadt Wieso musst du soweit immer machen Sepp Ja Samstag ist morgen schon kacke Ob du jetzt der Auserwählte bist Peter Aber da sind sie genug noch Frap Nee Das ist so schlimm Alter was ist das für Timing ey das darf doch nicht wahr sein Ich hab dich wirklich noch gekillt bevor mich die Melone snackt ey Das ist ja wohl shit 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 einfach nur ey Shit 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 Alter 40 Punkte ey Der Peter hat wieder den Cheater Knopf gedrückt Der Peter hat null Woo Hello Jay ist umgefallen aber der hat nen Deathringer oder sonst irgendwie wat Der ist wenn du auf die Bowlingbahn guckst ganz hinten rechts in der Ecke Okay Hey 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 Oh Hab ich grad den falschen erschossen Ich war zu Bram gerade aus dem Deathringer töten Das machst du die Arbeit für mich Hör zu lassen bitte Hör zu lassen bitte Das war ganz schön knapp Boah Bleib du da auf der Seite ich komm von hinten dann hat er ein Problem Dann muss ich mich nur auf Sepp konzentrieren du bist ja keins Ich hab Schaden gekriegt von ner Kugel was ist das denn ey Ist ja nicht Pass auf der ist da noch irgendwo Der hat sich mit mir geportet da wo du gerade an der ist an dir vorbei Okay Okay Der ist eine Tür weiter rechts Nein Pfff 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 Das hab ich Bram schon wieder weggemacht Alter Ja sorry ich wusste halt nicht aus welcher Richtung der kommt Ich hab auf alles geschossen was da war Nein Wir haben uns verdient ey Minus 25 Alter Minus 25 Die Waffe Die Waffe Sprayt halt so geil Und du hast dich keine Ahnung Einen Shot von mir abbekommen Weißt du ich sagt das gar noch Der ist rechts neben dir und du bist da liegst und gibst du mir nen Headshot weißt du Ja der Team Reporter hat's nicht recht Also jetzt ohne den Teamkill davor war ich auch verwirrt Ja weil du die ganze Zeit rechts von mir warst Hab ich nicht damit gerechnet dass du aus der Richtung kommst Also ich hab einfach aus Reflex geschossen Ich dachte ich sagte extra so rechts Alter Guckst du mich an und guckst nicht wirklich witzig christian habe ich irgendwo gesehen christian habe ich gerade daher geradeaus gesehen der ist einmal dadurch gelaufen vielleicht der unsichtbar ist durch feuer gelaufen ich habe den gerade einmal scherz ist ja wohl dass du da du nicht triffst aber mich glückwunsch an sepp die meisten punkte ich habe ja neu connected ja ich hatte ja vorher okay okay peter du idiot ach so du bist so ein idiot kommst du hoch zu dran schießen ach man ach schade nein komm raus ich defuse sie ja easy karte wir verraten das keinem das sind doch alle tot tut es mit dem ich bin doch da du bist verrückt was habt ihr gemacht aber die idee war super nice einfach christian ist tot oh das war wohl der falsche knopf er hat auf jeden fall den teleporter also bleibt stehen ja lass uns direkt rücken an rücken stellen ich wurde geportet alles gut alles gut alles gut der kann nix ok vielleicht schon disco ich bin immer nach oben nicht ich hab dich getroffen nein das kann doch nicht sein ich hab dich doch getroffen du arsch der hat doch so wenig leben gehabt so ist da lu nein ich hab gerade geklickt nein oh schade das war so assi wir beide da unten ich wurde geportet na her damit oh alter was soll das denn christian voll stille und dann einfach nur so brrrr malen jay malen jacke jay was machst du denn da der hat aber scheinbar gebrochen er weiß wo ich jay ist noch ok jay hat scheinbar verloren nein du fick wer ist denn da runter gefallen dann christian oder hier war der kampf wo ist christian hin der ist hinten durch da wo Dalu hin ist genau da keine Ahnung ob da ein Traitor raum ist oder so ja ist ein Traitor raum der mit den liaren aber ich weiß nicht ob er da drin ist er kann mich glaube ich sehen oder ok da kommt auch noch da sind jetzt zwei Traitoren hinten passt auf ich weiß nicht irgendwer ist genau vor mich gesprungen der ist sowas von gesandwiched worden der hat zwei Stunden ganz voll in die Fresse gekriegt ich hab tatsächlich erst noch gedacht dass Dalu Inno ist und Peter Traitor und dann dachte ich mir als du sagtest mit dem Traitor raum hab ich das tatsächlich geglaubt da ist Peter! er hat mit Peter getauscht da ist ne Mellon an der Ecke was war das? Peter du hast mich gekillt was war da los? ich hab halt den falschen geported dann ist halt so diese Chance die passieren kann ne ich schmeiß grad die Lemonade Grenade in den Gang gehauen und in dem Moment werd ich geportet und lass sie dann in dem Schlafzimmer los und hör ab dann weil die gegen die Wand fliegt ja und da war auch ne Bombe geplätet also von daher wärst du dann ja eh drauf gegangen du kriegst ne Bestattung im Gras das hast du dir verdient treuer Gefährte da wo am liebsten ist im Gras dann bin ich aber dann hab ich aber gut Ding getan dass ich nicht bei Sepp und Chris geblieben bin dann wär ich aber richtig frikassee gewesen dann wärst du richtig weg gewesen findet das keiner irgendwer ist ein fieser Graffiti-Sprayer das ist Recht und Unordnung Recht und Unordnung das ist wirklich Recht und Unordnung Peter wo bist du? wir müssen hier durch die Gegend strafen Junge weiß halt nicht wo wer noch ist gucken wer gleich dem Traitail Diablo laufen wird warum Sepp warum schießt du Dalu Dalu hat eiskalt auf mich geschossen ich auch hätt ich auch gemacht Jungs Nein da rülpste ich dachte Sepp ist schon richtig da rülpste aus der Ecke das war natürlich jetzt mega weltlack da rülpste da noch rum Sepp hat seine Waffern durch die Tür geguckt Ach echt? Ach kacke ich hab extra da gewartet und hab Peter da so in die Ecke gelegt damit einer den anguckt warum schießt du denn auf mich? Alter das Programm auch noch in dem Raum sitzt Jay hat mich vergiftet Was? Jep Bleib hier du Würstchen Du konntest mich sehen? Wir haben dich treffen Bram Oh nein Warum bist du schon hergesprungen? Du hast dir schon gelohnt hier Scheiße Ich dachte so jetzt hab ich dich Bram ey was machst du? Okay Christian Jetzt komm fang uns beide Und es wird was aktiviert Pass auf Irgendein Knopf wird grad gedrückt Wir stehen jetzt über dem Trailer Raum Ja Die Rakete kommt Boah braucht die lang ey Super unaufhältig das Ding Und der Helikopter Boah Boah Dalu lebst du noch? Glaub nicht Wodran ist Dalu? Dalu ist grad an der Rakete gestorben Dalu ist grad an der Rakete gestorben Ich möchte heute mal was verrücktes Mit Schweineöhrchen Christian ist es Er kann nicht schießen Weil ich im Nahkampf bin Komm schieß auf die Melen Schieß auf die Melen Kann ich nicht Komm und die Melen Nein Ich bin innocent tatsächlich So nicht mein Freund Ja hallo Christian Ja wieso nicht Ja guck mal er ist noch nicht Es lebt der immer noch Wer ist das da hinten? Oh Dalu lebt noch Wuhuhuhu Wenn ich da erst noch vorbei sein Oh Christian schießt auf mich Hä? Ich wurde wiederbelebt Und Christian ist tot Zum zweiten Mal Nein Boah Hahaha Hahaha Die war geil der Trick Was hast du denn jetzt gemacht? Alter das war's Ambustible Lemon Ambustible Lemon Das ist lame Dann halte ich echt dafür grenzwertig Ja da kann man nicht fliehen Ich komme Jetzt zu dir Hier Wo war denn bei dir Dalu Das kann dir Dalu nicht mehr sagen Aber ich hab Jay gefunden Wenn dir das hilft Nimm den mal mit Ja? Oh shit Das war knapp Scheiße Oh my god Holst du mich jetzt schon? Peter 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 Du wirst verfolgt Guck mal Christian und Peter Einer von euch ist jetzt Peter Chris 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 Nein What? Meinen Christian hat gerade Peter getötelt WTF Ist nochmal falsch Ok Ich habe mein Leben verwirkt Oh my god Ja Oh da ist er Bei den zwei общigen Oh nein Ahahahahah Ugh Nein! Nein! Chill mal kurz! Lol Peter sag doch, dass du den scheiß Baseballschläge aufgehoben hast Oh Mann! Ich hab den aufgehoben Ich hab auf dich geschossen Peter zieht doch immer den Baseballschläge wieder auf dich geschossen Ja ich dachte das wär dann halt Jay Aua Wieder unterm Bett Du Pisser! Du Pisser! Oh der arme Jay Oh, der tat mir jetzt ein bisschen leid Aber das tut mir leid, das hätte ich nicht mehr sagen Alles cool Christian hat auch im Hinterkopf Weißt du, ich hab schon wieder beide Traitor am Anfang gefunden, das kann nicht sein Das war auch der einzige Grund, warum ich geschossen hatte beim Peter Trott Steine 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 Leute Eure Steine יז ww